Ja, ich komme gerade von der Artikel-13-Demo in Köln, die sehr kurz angefristigte Demo. Gestern um 19 Uhr, glaube ich, war das dann irgendwie fest. Der CCC hier in Köln hat die angemeldet. Und ich glaube, es waren ungefähr 1.300, 1.500 Leute da. Und auch wieder alte Bekannte natürlich, viele neue Gesichter. Und es war eine unglaublich gute Stimmung. Also eine gute Stimmung, dass man merkt, okay, wir stehen hier und wir sind laut. Und die Leute haben wirklich ihre Wut, die sie haben. Also die sie jetzt aktuell auch haben, weil das da vorverlegt werden sollte und das ein scheiß Move ist und so. Diese Wut haben sie auch sehr, sehr laut zum Tragen gebracht. Ja, mit vielen neuen Leuten gesprochen. Alte Leute auch begrüßt. Sehr, sehr gute Stimmung. Sehr, sehr coole Leute dort vor Ort. Und ich glaube, jetzt am Samstag soll es die nächste Demo hier auch in Köln geben. Und ich glaube, da ja in Köln so die inoffizielle Hauptstadt der Streamer und YouTuber ist, dürften ja dort auch sehr viele Leute wieder vor Ort sein. Und ich glaub, da, ja in demons zum Tragen ist, dass das 24 bis 2, 4 Jaquetit. Und wir haben zu Resul Krist mitigate, Und wir haben alle Homemade vor Ort las ...